hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge der kanalverstellung auf meinem kanal wir sind heute auf dem kanal gott so oft kanal schon am anfang von grandline hd 141 abonnenten 2096 video aufrufe und seit dem 10.12 2014 dabei also zehn tage länger als der letzte kanal da waren wir natürlich bei damped auf dem kanal heute sind wir auf dem kanal von grandline hd wir schauen zunächst mal wie immer in seine beschreibung wunderschönen guten tag wünsche ich euch hier gibt es jede woche mindestens ein video viel minecraft aber auch regelmäßig anderes plus häufige livestreams das klingt vielversprechend egal was du dir anschaust ich wünsche dir viel spaß mit liebe grüße grandline hd natürlich könnte man das noch ein bisschen ausweiten wann die was für projekte kommen vielleicht noch ein paar pc daten oder so mit was du aufnimmst aber das soll jeder machen wie er es möchte hier kriegt man ganz kurz überblick wann was läuft was er macht und das ist eigentlich ganz gut er hat wie gesagt in seinen twitch kanal ist ja klar wenn er häufig live streams macht hat er natürlich auch sowas und google plus account hat jeder der kanal bei das ganz gut gestaltet finde ich relativ nice ab zu den videos und da sieht man schon falls die seite lädt im internet ist gerade das besser deswegen kann es ein bisschen dauern ach nee das immer schon und er sieht er hat so ein mischmarsch sag ich mal so zwischen minecraft mit ihnen sie ich da jetzt auf den ersten blick clash of clans hat er auch mal gemacht aber das war schon vor zwei wochen glaube ich ganz am anfang hat er auch mal ein minecraft community projekt das davon gehe ich jetzt einfach mal aus dass das mein gut ist nun nehmen kraft nicht und weiß im thumbnail ist vorher vorher gucken stefan und dann sagen ja dann eine folge mein tag games also microsoft pvp clash of clans medien wie gesagt so alles mischmarsch also es ist für jeden was dabei bei dem lieben grandline hd ist wie gesagt auch seit einem guten halben jahr dabei und ja will ich natürlich auch über mehr unterstützung freuen über mehr aufmerksamkeit vielleicht deswegen wenn ihr interesse habt an seinen videos an seinem kanal von grandline hd dann schaut auf jeden fall unten in der video beschreibung dort ist der link für seinen kanal und falls ihr euch bewerben wollt schreibt mir aber eine privatnachricht mindestvoraussetzung 10 videos wisst ihr ja mittlerweile und egal was für genre ihr auf euren kanälen habt ob ihr auch let's place macht so ein mismas so wer zum beispiel oder ob die blogs macht auch kanalvorstellungen macht vielleicht macht ihr auch kanalvorstellungen einfach mir eine privatnachricht schreiben die voraussetzungen erfüllen und schon seid ihr mit dabei so da würde ich sagen danke fürs zuschauen lasst eine bewertung da oder ein abo wenn es euch so gut gefallen hat und dann sehen wir uns bei der nächsten kanalvorstellungen wieder macht's gut euer spvp und ciao